Stellen Sie sich kurz vor. Ja, Medard Roth ist mein Name. Ich bin Ortsbürgermeister der Gemeinde Kordel seit 23 Jahren. Wir blicken zurück. Heute vor einem Jahr, oder sagen wir eher in den Abend- und Nachtstunden vor einem Jahr, hätten wir hier auf der Straße nicht stehen können. Wir hätten auch nicht dastehen können, wo wir jetzt stehen, weil hier überall Wasser war. Gegen 23.30 Uhr ist unser Dorf vollgelaufen, nachdem der Strom schon weg war, gegen 21.17 Uhr. Da begannen wir um 22.40 Uhr mit der Evakuierung des Altenheimes und des unteren Dorfes. Die Leute hatten alle Zuflucht hier im Bürgerhaus. Etwa 130 Bürger waren hier versammelt, davon 26 Patienten aus dem alten Pflegeheim, die in Rollstühlen hierhin gebracht wurden. Die anderen Patienten, deren 17 in der Zahl, wurden aufs erste Obergeschoss gebracht. Und meine Schwägerin hat mir gesagt, die ist 86 Jahre alt, mir die da sieht aus wie im Weltkrieg. Wie ist die Evakuierung angelaufen, bzw. welche Eigeninitiative ist hier geworden, dass überhaupt die Evakuierung stattgefunden hat? Ich als Ortsbürgermeister und der Wehrleiter, Stellvertreter. Da haben wir beschlossen, das Unterdorf, also Erlanger Straße, Bahnhofstraße, Kreuzfeld, Städtchen zu evakuieren. Inklusive dem alten Pflegeheim im Rammsteiner Weg. Und dort haben wir begonnen um 22.48 Uhr, 22.50 Uhr und haben drei Stunden die Leute rausgeholt. 26 Patienten auf Rollstühlen mit den THW-Fahrzeugen schon hier im Bürgerhaus gebracht und 17 Patienten mit den Matratzen, die nur bettlägerig waren, ins Obergeschoss. Daraufhin hat meine Schwägerin gesagt, also hier sieht es aus wie im Zweiten Weltkrieg. Die ist 86 Jahre alt, die Frau, die hat sich furchtbar erschrocken, andere auch. Ja, und dann ging das los und das Dorf ist zugelaufen, um 23.30 Uhr komplett zugelaufen. Und hier hatten wir etwa Meter, Meter zwanzig Wasserstand. Und dann ist morgens, nachdem die Daimlinger Brücke eingekracht war und auch der Art Biberdamm, da haben sich also zu circa 100 Festmeter Weiden und Rubinien zusammengepferchtet, war wie so Biberdamm. Und da ist das Wasser dann hochgestiegen und ist dann nachher darüber weggegangen und kam hier durch diese Straße, da im Städtchen an dem Hotel Neisland am Park raus. Und als dieses Wasser, das hat dann auch eine große Mauer im Kindergarten eingedrückt, die war 50 Meter lang, 2,20 Meter hoch in der Bruchsteinbahn. Und da hat die Bundeswehr mit der Evakuierung unterbrechen müssen, weil die Strömung so stark war, dass nichts mehr ging. Und hier ist das Wasser gestiegen bis 30 Zentimeter hier in den Türbereich rein. Also da hatten wir fast 2,80 Meter hier Wasser drin im Keller. Wenn nicht rechtzeitig oder vorher in Eigeninitiative mit der Evakuierung begonnen wäre, Dann hätten wir das gleiche Problem, wie mein Amtskollege in Sinsich, dass dort Menschen in einem Pflegeheim gestorben sind. Und das konnten wir verhindern. Und ich bin stolz darauf, mit meiner Gemeinde, mit unserer Feuerwehr, mit den vielen freiwilligen Helfern, mit den Feuerwehren aus den Nachbargemeinden dafür gesorgt zu haben, dass dies nicht geschieht. Das ist aus meiner Sicht die größte Leistung gewesen, neben all den anderen Dingen. Und da bin ich richtig stolz drauf. Wenn Sie so jetzt von Zeit zu Zeit, nach einem Monat, nach einem halben Jahr, jetzt nach einem Jahr, durch den Ort gehen, was stellen Sie fest? Was sagen die Leute Ihnen? Wie sind die Gespräche? Wie geht es voran? Oder wo hapert es? Die sagen zu mir, Bürgermeister, es wird viel versprochen und wenig gehalten. Fangen wir mal bei den Versicherungen an. Einige bezahlen, andere nicht. Ich sehe hier in dem Gebäude Schaden im Bürgerhaus mit der Feuerwehr an Gebäudeschäden rund eine Million. Es ist, man muss um jeden Euro kämpfen, obwohl wir eine Versicherung haben mit elementarischen Versicherungen. Die Versicherungen, die versprechen viel. Der nächste Punkt ist, es wird von der Politik auch versprochen, wir kriegen Gelder, aber dann kommen die bürokratischen Hürden, die aufgebaut werden. Und das ist nicht so einfach. Über solche Dinge ärgere ich mich. Noch ein Gutachtender, noch ein Gutachtender, fehlt Gutachten. Und wenn wir dann genug Gutachten haben, ist ein Jahr rum und wir haben immer noch keine Ausstrebungen für unseren neuen Kindergarten. Wir haben allerdings, dafür bin ich auch wiederum dankbar, das okay von der ARD bekommen, einen Interimskindergarten mit rund 60 Containern aufzubauen, auch beim Kostenaufwand von über 1,5 Millionen. Das ist okay, da freuen wir uns auch drüber. Das ist jetzt was Positives. Positiv ist auch, dass hier die Damen aus dem Prozesseur-Container im nächsten Monat hier mit in die Volksbank einziehen können. Positiv, sehr positiv ist, dass die Apotheke wieder geöffnet hat. Und ganz positiv ist auch, dass die Bahn flexibel gearbeitet hat und rund um die Uhr gearbeitet hat, Samstag, Sonntag durchgearbeitet hat, dass wieder Züge fahren. Und derzeit wird ein neues Stellwerk gebaut hinterm Bahnhof in Kordel. Und auch da geht es gut voran, sodass wir gute Dinge sein können, dass wir im nächsten Jahr wieder Züge bis nach Köln fahren. Und dann die letzte Frage zum Thema heute mit der Sirene. Wie wichtig ist das für Sie, dass heute die Sirene hier vor uns steht? Ja, man soll es nicht für möglich halten. Das ist wichtig, damit die Feuerwehr alarmiert werden kann. Wir haben hier in Kordel auch Absprachen mit der Bevölkerung. Wenn die Sirene dreimal hintereinander läuft, dann wissen die, es gibt Hochwasser. Und deshalb muss man die auch erreichen können, die Leute. Und die neue Sirene hat ja sogar die Möglichkeit, dass man Durchsagen machen kann. Allerdings ist sie in ihrer Ausrichtung nur in einem Winkel von etwa 80, 90 Grad, während die alte Sirene 360 Grad erfasst hat. Daran merkt man schon, es ist im Prinzip, man muss entweder mehr Sirenen haben, aber lauter machen kann man sie ja nicht. Also bräuchte man mehr Standorte. Wir hatten früher immer drei Sirenen. Nach meiner Einschätzung bräuchten wir jetzt vielleicht das Doppelte.